WEN SOLL ICH EINREITZEN? WEN SOLL ICH GRILLEN? Aufgetankt? WEN SOLL ICH GRILLEN? Ich bin ein echter Schnellzündermann. Jetzt mal langsam. Wo ist das Feuer? Schon gut. Wie möchten Sie Ihren Zerg? Blutig oder gutturch? Wo immer Qualm ist, da bin auch ich. Bei mir schmelzen alle Herzen. Vorsicht, heiß und fettig. Wir grillen und killen. Zerg. Wenn man sie brät, blähen sie sich auf. Hört auf, euch herumzuwälzen. Da muss ich lachen. Na, wo brennt's denn? Ich stelle fest, ich hasse den Geruch von Napalm am Morgen. Ich werd' dich jetzt mal umdrehen und sehen, ob du auf der anderen Seite schon da bist. Fett brutzelt so schön. Ich bin ganz ohr. Ein Wort genügt. Bekämpft Feuer mit Feuer. Aufgetankt. Ein Wort genügt. Ich bin ein echter Schnellzündermann. Riecht nach Sieg. 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 Sieg.